Daniel Kraus, was braucht einen Erfolgstrainer im Frauenfußball? Gute Frage. Es ist wichtig, dass man sich für den Menschen interessiert, denke ich. Das macht, glaube ich, eine Führungskraft heute aus. Ich denke, dass man zu der Position kommt, wenn man fachlich gut ist. Im Fußball braucht man wahrscheinlich immer auch noch ein bisschen Glück, weil es einfach viele gibt, die diese Position nutzen wollen oder reinkommen wollen. Aber ich glaube, dass für uns als Trainer die Menschen das Wichtigste sind und nicht das Gefühl zu haben, sich irgendwie selbst verwirklichen zu müssen, sondern die Spieler besser machen und damit Ziele zu erreichen. Was unterscheidet den Umgang mit Frauen von denen mit Männern? Das kann ich als Trainer gar nicht sagen, weil ich als Trainer nur mal zwei Torhüter trainiert habe in Jena. Da war es aber ganz easy, weil ich die auch schon früher kannte. Ich glaube aber, dass Frauen allgemein einfach oft nachfragen. Ich denke, gerade für junge Trainer ist das ein echt guter Einstieg, weil man selber noch auf der Suche ist nach einer Philosophie, nach wie gehe ich mit Spielern, mit Menschen um. Man muss sich irgendwie Gedanken machen vorher, weil die Mädels fragen, warum soll ich das denn so machen und so machen. Das ist am Anfang schon vielleicht hier und da mal so. Aber man nimmt das einfach gut mit. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass Frauen einfach neugieriger sind. Dann aber, wenn sie überzeugt sind, das auch konsequent durchziehen. Inwiefern spielt dabei die Psychologie eine Rolle? Ja, eine Riesenrolle, glaube ich. Also Frauen, ja, der Kopf ist, glaube ich, deutlich mehr noch dabei als bei den Männern. Das ist so mein Eindruck, weil Frauen einfach, ja, der Frauenfußball allgemein einen riesengroßen Kosmos hat. Also die haben ja nicht nur den Fußball, sondern die haben noch, ja, Beruf, Studium, Schule. Also sehr weit entfernt davon, dass wir irgendwie Profitum haben in vielen Vereinen. Und die Frauen kommen hierher, weil es ihr Hobby ist. Und das wollen sie auf höchstmöglichem Niveau dann irgendwie, ja, praktizieren. Und ich glaube, dass wir da sie auch packen müssen, also sagen, okay, Emotionen dabei haben wollen, aber auch natürlich Verständnis haben, dass es, ja, in allen Bereichen irgendwie auch mal aufs und abgibt und man am Ende eine Balance finden muss, dass am Wochenende die bestmögliche Leistung auf den Platz kommt. Im Männerfußball gibt es ja immer noch so diese Berührungsängste mit dem Thema Sportpsychologie. Wie sieht es da im Frauenbereich aus? Ich glaube, bei uns ist es eher so, dass es jetzt auch am Aufkommen ist. Da würde ich aber sagen, es gibt gar keine große Berührungsängste, sondern es ist eigentlich eher für uns so ein bisschen Neuland. So wie sich Athletetraining die letzten Jahre entwickelt hat, extrem, ist jetzt, glaube ich, schon, dass der Fokus mehr dann da in die Richtung geht, okay, was kann man denn im mentalen Bereich tun, im psychologischen Bereich tun. Und ich glaube, meine Trainerkollegen sind auch alle eine ganz junge Generation. Und ja, die sind alle offen. Und was den DFB betrifft, habe ich auch das Gefühl, dass man da, ja, jetzt schon auf offene Ohren da stößt und dass das Thema schon ein Wichtiges ist. Du konkret arbeitest mit dem Dr. René Pasch zusammen. Wie kam das zustande? Ja, ich hatte in Jena schon mit Sportpsychologen zusammengearbeitet und da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ja, wollte das gerne auch in Essen etablieren. Und ein ganz guter Zeitpunkt ist immer, wenn man irgendwo beginnt, weil dann irgendwie die meisten Leute irgendwie versuchen, einem alles recht zu machen. Und ja, dann lustigerweise hat sich zu dem Zeitpunkt der René Pasch bei uns ja irgendwie auch vorgestellt, weil er was im Bereich Frauenfußball machen wollte. Und dann kamen wir eigentlich recht schnell zusammen. Also das war gut, wir haben uns getroffen. Und dann war ich relativ schnell klar, dass wir zusammen versuchen wollen. Wie nutzt du ihn konkret? Als derjenige, der meinen Kaffee bezahlt, jedes Mal die Woche? Nein, Spaß. Ja, ich glaube, wir haben schon verschiedene Ansatzpunkte. Also ich persönlich treffe mich eigentlich schon regelmäßig jede Woche, um einfach mich zu reflektieren, um Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, wie kann ich mit einer Mannschaft umgehen, was sind vielleicht Sachen, die die Mädels beschäftigen können, wie kommen wir mit den Inhalten, die wir transportieren wollen, auch zu den Mädels durch in die Köpfe? Wie gehen aber auch Sachen, die wir vielleicht aus dem Sport in den Vereinen transportieren müssen, wie kann man die vielleicht ganz gut anpacken? Also das sind für mich ganz, ganz wichtige Sachen. Wie komme ich auch vielleicht selber rüber? Also der René ist auch bei vielen Besprechungen dabei und gibt mir da Feedback, weil das ist ja eigentlich immer so ein Problem, dass man als Trainer zwar mit vielen Leuten spricht, aber es gibt kaum jemanden, der mal sagt, das war vielleicht nicht so gut oder das war auch ganz gut. Und ansonsten, ja, ist der René da für die Mädels. Ich glaube, das ist aber auch ganz klar getrennt. Also natürlich werde ich jetzt in den Details nichts erfahren. Das, glaube ich, muss auch so sein. Das soll auch so sein, das wissen die Mädels. Deswegen nutzen sie es auch meines Erachtens nach ganz gut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der René dann auch mit dem Team zusammen Ziele beispielsweise erarbeitet und wir ganz, ganz viele Sachen jetzt schon gemacht haben, die einfach gut sind und uns gut tun. Und ja, das große Ganze ist, glaube ich, entscheidend, dass eine Mannschaft, es braucht immer ein bisschen Zeit, aber sich schon bewusst für dieses Thema interessiert und nachfragt und das ja auch merkt, wenn man sich damit beschäftigt, dass man einfach besser wird und das schon einen Unterschied machen kann im Vergleich zu anderen Mannschaften. Was hat sich so seither entwickelt? Also inwiefern ist die Mannschaft eine andere geworden? Ja, ich glaube, wir sind von der Einstellung her deutlich, ja, professioneller würde ich es einfach mal so nennen, geworden. Wir haben immer noch gar nicht so einfache Bedingungen hier und die Mädels können das irgendwie mittlerweile recht gut ausblenden und haben einen klaren Fokus auf das Ziel. Wir wollen uns auf das Sportliche fokussieren, wir wollen einfach unsere Leistung auf den Platz bringen und da gibt es eine Menge Bausteine, eine Menge Hebel, eine Menge Rädchen, an denen wir drehen können und die Mädels sind bereit dafür, auch an den kleinen Sachen zu arbeiten und das muss man erst mal bewusst sein für schaffen. Das hat sich zum einen geändert und zum anderen ist, glaube ich, einfach eine Linie drin. Also man hat früher immer gesagt, okay, wir brauchen mal ein Ziel, ja, wir brauchen ein Ziel, wann macht man Ziele ja irgendwie zu Saisonbeginn. Und dann war das aber wieder aus dem Kopf raus, weil dann sind tausend andere Themen, wenn die Saison mal losgegangen ist. Und jetzt mit dem René ist es schon so, dass die Sportpsychologie einfach jeden Tag ein Thema ist, ohne dass sie jeden Tag ein bestimmendes Thema ist. Und ich glaube, das ist schon entscheidend, dass man nicht sagt, okay, der Sportpsychologie kommt, sondern der Sportpsychologie ist einfach da, weil es ist jeden Tag ein Thema, das uns beschäftigt. Inwiefern findet bei euch Sportpsychologie auch auf dem Platz statt? Ja, gelebt schon, wenn der René kommt meistens montags, zum Teil auch noch mehrfach in der Woche und ist dann einfach bei den Trainingsanheiten dabei. Es ist teilweise auch so gewesen, jetzt in der Vorbereitung, dass der René selbst Teil des Trainings gemacht hat, aus seiner Perspektive heraus. Ja, ansonsten viel mit den Mädels einfach spricht, im Vorfeld, im Nachgang von Spielen. Ja, ansonsten, wenn Pausen sind, auch über die Trainingseinheiten. Also wir versuchen das schon recht praxisnah zu gestalten. Und ich glaube, das ist schon ein großer Baustein, dass die Mädels eben auch einen Zugang bekommen, sodass sie den René nicht sehen, okay, als großen Sportpsychologen, sondern als einer der Trainer, der ihnen hilft. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist es für euch auch deutlich einfacher, in die Mannschaft zu kommen und zu den Spielern durchzudringen. Wie nutzen die Spielerinnen Ihnen konkret? Ja, ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ich ja davon gar nicht so viel mitbekomme. Also ich glaube, das Angebot ist auf jeden Fall da, dass am Trainingsplatz logischerweise eher zur Verfügung steht für Gespräche. Ansonsten auch immer per Telefon oder in Privatgesprächen abseits des Platzes, abseits der Anlagen zur Verfügung steht. Ich glaube, das wird auch genutzt. Ja, das ist schon wichtig. Ansonsten, ja, mit Teilen der Gruppe, Mannschaftsrat oder jüngeren Spielern, älteren Spielern, sodass wir auch bestimmte Themen einfach zusammen bearbeiten. Also ich glaube, das ist ganz, ganz vielfältig und jetzt gar nicht so einzugrenzen, sondern ich glaube, der Prozess ist einfach mehr und mehr. Man merkt, dass der René ist Teil des Teams und von der Worte her wird das einfach immer mehr genutzt und da gibt es, glaube ich, noch viele Sachen. Wenn wir in zwei Jahren hier sitzen würden, können die wahrscheinlich noch ganz, ganz andere Facetten aufzählen. Bitte so rückblickend, ein paar Partien, wo du sagst, da hat er ganz konkret Punkte mitgewonnen? Ja, ich weiß nicht. Ich tue mich immer schwer, damit Spieler rauszuheben. Deswegen tue ich mich natürlich auch schwer, Trainer oder Sportpsychologen rauszuheben. Ich glaube, dass der René aber schon einen großen Anteil hat an der Entwicklung der letzten Jahre, die wir hier haben. Weil er auch jeden Tag sein Bestes gibt und das ist das, was wir für den Spielern verlangen, dass sie sich in ihrem Spezialgebiet bestmöglich entwickeln sollen und dass sie die Dienstleistungen, die wir ihnen anbieten, und das bin ich als Trainer im taktischen Bereich und der René wahrscheinlich dann eher im psychologischen Bereich, dass sie die auch nutzen und dass sie da einfach sehen, okay, da ist Potenzial und das wollen wir gemeinsam heben. Also von der Worte her gibt es jetzt vielleicht nicht das eine Spiel, sondern einfach die Vielzahl der Spiele, wo wir einfach besser geworden sind. Inwiefern ist denn die Sportpsychologie bei euren Kontrahenten in der Bundesliga angekommen? Also ist es in der Damen-Bundesliga, spielt es eine Rolle, die Sportpsychologie, oder seid ihr da so ein bisschen Pionier? Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass die Offenheit schon da ist für das Thema. Ich denke aber, es gibt noch gar nicht so viele der Sportpsychologen. Das ist wahrscheinlich analog zum Männerfußball. Ja, ich glaube aber, bei uns ist es eher das Problem, wie können wir es irgendwie einbauen und dann haben wir das häufige Problem, wie können wir es denn finanzieren und man sucht auch noch Probleme, bevor man Lösungen findet. Und ja, ich glaube, das kommt und entwickelt sich. Und ich glaube, dass es im Frauenfußball deutlich schneller gehen wird als im Männerfußball, weil die Leute einfach offener sind und die Struktur nicht so star und fest und seit 50 Jahren vermeintlich erfolgreich. Sprich, hast du gesagt, dass es für junge Trainer gar nicht so schlecht ist, im Frauenbereich anzufangen, dort Erfahrungen zu sammeln. Ja. Das übersetzt auf die Sportpsychologie. Würdest du es auf Sportpsychologen raten, aktiv auf Vereine zuzugehen? Ja, ich glaube schon. Also es ist immer, wenn ich was möchte, muss ich einfach auch mal aktiv werden. Ich glaube, es ist nicht mehr so, dass man da auf komplett zu Türen irgendwie zurennt, sondern vielleicht sind sie nicht bald breit offen und man muss jetzt einfach dann von beiden Seiten schauen, dass die Tür richtig aufgeht, weil sie einfach zum Vorteil von allen schlussendlich ist. Also das ist unbestritten. Ich glaube, das wird auch vermutlich fast jeder so sehen. Es ist einfach nur der Weg, wie kommt man dazu? Und deswegen, ich bin froh über jeden, der neu reindrängt, der sagt, okay, ich kann euch helfen und kann konkret auch euch helfen so und so und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, okay, hilft mir das tatsächlich jetzt oder wie kann man zusammenarbeiten? Aber ja, aktiv zu sein, ist immer nicht so schlecht. Was für ein Typ muss derjenige oder diejenige sein? Gibt es da für den Frauenfußball eine besondere Anforderung? Ich glaube, Praxisnähe ist, also habe ich jetzt festgestellt, ist sicher ein ganz gutes Kriterium, um in der Mannschaft akzeptiert zu sein. Ich kann jetzt nur für den Fußball sprechen, aber der René ist extrem praxisorientiert und deswegen ist es nicht wie so diese Schablone, die man im Kopf hat, Sportpsychologie, es gibt irgendwo eine Couch oder es gibt irgendwo 40 Flipcharts und wir müssen uns jetzt zwei Stunden anhören und dann haben wir alle so im Kopf. Sondern es muss einfach gelebt sein. Also ich glaube, man muss ein Praktiker sein, man muss Spaß in der Arbeit haben, man muss das theoretische Wissen auf den Platz bringen. Das ist das Gleiche, was wir als Trainer auch haben. Für mich interessiert sich auch keiner, wenn ich da zwei Stunden erzähle, wie ein Pressing funktionieren kann, eine Theorie, wenn die sich am Ende am Platz sagen, okay, richtig kann ich euch nicht helfen. Also ich glaube, der Übertrag ist ganz wichtig. Wie viel Zukunft gehört der Sportpsychologie im Fußball allgemein? Ich glaube viel, weil im Männerfußball wahrscheinlich noch mehr als im Frauenbereich, weil ich glaube, im Frauenbereich haben wir sowohl im technischen als auch im taktischen als auch im konditionellen schon noch große Sprünge vor uns, weil es einfach die Professionalisierung noch nicht so weit ist. Im Männerbereich gleicht sich ja eigentlich fast alles an. Also die Spieler trainieren ähnlich oft, die trainieren in ähnlichen Umfang, die Trainer sind alle ähnlich ausgebildet oder gleich ausgebildet. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man sich riesengroß unterscheiden kann, außer im kognitiven, im psychologischen, wo man sagen kann, okay, da kann man echt viel holen, weil jeder Mensch ja schlussendlich doch irgendwie so ein bisschen unterschiedlich ist. Und wenn man da gut arbeitet, kann man glaube ich noch große Potenziale heben. Rückblickend auf deine Karriere geschaut, hättest du damals intensiver gerne mit der Sportpsychologie gearbeitet? Ja, eigentlich schon, gern. Eigentlich manchmal so, dass ich gesagt habe, wenn die großen Spiele, für mich große Spiele, waren, dass man die eigentlich selten genießen konnte. Oder ich konnte es zumindest nicht, weil man eigentlich immer Angst vor Fehlern hatte, was ja grundsätzlich eigentlich das Schlimmste ist. Weil man trainiert ja eigentlich, um da auf dem Platz zu stehen und dann geht man auf den Platz und sagt, oh, hoffentlich mache ich heute keine Fehler und da sind so viele Kameras. Und ich glaube, das geht vielen Spielern so. Deswegen bin ich jetzt glücklich im Nachgang, weil ich jungen Spielern das nachvollziehen kann, wenn sie es erst mal auf dem Platz laufen oder wie das ist und ihnen dann vielleicht hier und da auch ein bisschen Angst nehmen kann oder ein bisschen Vorbehalt nehmen kann. Aber für mich wäre es sicher gut gewesen, wenn ich da früher schon hätte mit arbeiten können. Ob das jetzt meine Karriere weiter befeuert hätte oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich die Spiele mehr genießen können und wäre dann vielleicht auch ein besserer Torwart noch gewesen, als ich es dann gewesen bin. Beim FC Karthasien in der zweiten Bundesliga hast du verrückte Dinge erlebt. Ich erinnere mich an einen Mentaltrainer, der immer für zwei Wochen da war in der zweiten Zweitligasaison rund um das Pokalspiel in Stuttgart, der so ganz große Töne gerissen hat und euch richtig motiviert hat, also als Motivationsguru angestellt war. Wie hast du das damals als Spieler erlebt? Ja, verrückt. Einfach, das ist glaube ich so. Ja, ich finde es immer so, wenn man so im Nachgang mal drauf schaut, wollten die Leute und die Verantwortlichen ja wahrscheinlich nur das Beste für uns. Aber ja, dann ist es vielleicht jemand, der einen da motiviert. Man muss nicht motiviert sein, wenn man es schafft, mit Carl Sassena ins Pokalhalbfinale zu kommen oder ins Pokalviertelfinal war das damals, glaube ich. Das Halbfinale in Dortmund verloren. Dann ist man ja motiviert. Dann ist es ja eher so, okay, wie kriegt man das in eine gute Bahn, dass man auch in diesem Spiel Vollpower geben kann. Wir hatten auch das Jahr davor, als wir vor dem Abstieg standen, irgendwie gefühlt mal so zwei Tage, wo wir einfach vom Trainingsplatz weggefahren wurden und dann uns jemand erzählen wollte, wie wir da wieder rauskommen. Das war auch für alle irgendwie so ein Aha-Erlebnis, okay, das ist dann Sportpsychologie, dann braucht man das eigentlich nicht. Und das festigt sich leider, das waren damals so diese Sachen und das bleibt im Kopf hängen und dann hat man eine ganze Generation, die irgendwann nicht mehr Sportler ist, sondern Trainer ist, die haben dieses Bild im Kopf. Und das dann wieder aufzuweichen und zu sagen, okay, Sportpsychologie ist das eigentlich gar nicht, sondern so viel anderes, das ist gar nicht so einfach. Wie würdest du deinem ehemaligen Mitspieler Thorsten Siegner eigentlich erklären, dass Sportpsychologie eine gute Sache ist? Ich glaube, Thorsten würde das verstehen oder versteht das, weil ich denke, das Bild, was man von außen von ihm hat, ist ein anderes, als er eigentlich selbst ist. Also ich halte ihn für einen fantastischen Menschen, der extrem ehrgeizig ist und ich glaube, das ist das, was man in der Öffentlichkeit hat. Das, was manchmal dann als Arroganz rauskommt oder als übertriebener Ehrgeiz, hat uns als Mannschaft extrem geholfen, damals Bestleistung zu bringen und jedem Training, also alleine die Angst davor, dass der mich zerschnell gemacht im Training hat gesagt, okay, heute gibst du wieder 100% und das hilft. Es gibt sicher auch noch tausend andere Sachen, aber ich glaube, Thorsten ist jetzt auch ein reflektierter Trainer und jetzt in Halle ja auch erfolgreich und ich glaube auch, dass er mit dem Thema schon sich beschäftigt und dass er da die Vorteile sieht, also ein cleverer Kerl ist er ja auf jeden Fall. Wie fern kann so einem harten Hund, oberflächlich betrachtet, dann auch so ein Sportpsychologe an der Seite helfen? Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich denke, im persönlichen Gespräch ist es auf jeden Fall immer hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man auch einfach mal sprechen kann, der sagen kann, okay, auch ein Trainer ist ja ein Mensch und hat verschiedene Sachen, die er so fühlt und wenige Leute, mit denen er die mal besprechen kann. Ich glaube, das ist schon eine Hilfe und ansonsten, ja, einfach mal zu zeigen, was gibt es denn eigentlich alles für Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, bei Spielern, beim Team, beim Verein, bei Fans, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass es da einfach für einen Trainer, der das Repertoire einfach so extrem erweitert und jeder Trainer, der dann sagen würde, oder nee, brauche ich nicht, der beschränkt sich einfach und das glaube ich, dass es die neue Trainer-Generation gar nicht mehr machen wird. Je größer der Erfolge und umso mehr Männerfußball, desto höher ist ja auch der mediale Druck. Inwiefern kann da so sportpsychologisches Basiswissen einfach helfen, dann in einer konkreten Situation vor Kameras die richtigen Worte zu finden? Ja, ja, ich denke, das ist schon am Anfang, gerade wenn man reinrutscht in diesen Medienzirkus, ist es sicher irgendwie, erschlägt einem das erstmal alles, weil man, ja, darauf nie vorbereitet wurde. Also es gab wenig Medientraining. In der Fußballlehrerausbildung gibt es das eine Woche lang. In den Ausbildungen davor gibt es das nicht. Und für die Spieler gibt es das, glaube ich, gar nicht. Da müssen, werden die Vereine sicher in der Pflicht, weil ich glaube, dass es trotzdem eigentlich was ist, auf das man sich vorbereiten kann, weil, ja, die Fragen kommen und wir wollen ja alle Öffentlichkeiten, dann kann man nicht überrascht sein, wenn plötzlich dann ein Journalist was wissen möchte. Also ich denke, Mediendruck ist da und die Spieler sollten sich Gedanken machen, was sie sagen und ich glaube auch, das wäre aber wieder was anderes. Hatte mit den Spielern nichts zu tun, wir sollten auch überlegen, was wir sagen, weil niemand will irgendwie das fünfte Mal hören, das war ein gutes Spiel und wir müssen Gas geben im nächsten Mal und dann wird das schon wehren, weil dafür gucke ich jetzt keinen Fußball, sondern ich möchte schon auch irgendwie kernige Sätze haben, wo ich auch mal irgendwie wieder sehe, hey, da ist ein Mensch dahinter und nicht irgendjemanden, den ich beliebig fragen kann. Also ich sehe das immer ganz gerne, wenn ich jetzt mehr das Acker hat letztens irgendwie sein Abschiedsspiel gehabt mit dieser Eistonne, das bleibt eine Erinnerung und das macht einen Typen aus und dafür haben wir, glaube ich, zu wenige und da sind wir beim Torsten Ziegner, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da einfach klare Kante kommt und so Leute, die sieht man einfach deutlich lieber im Fernsehen als so ein Allklattgebügelter. Im Männerfußball gibt es einen Trend hin zur Individualbetreuung, dass also Sportpsychologen mit dem Sportler in Direktarbeiten am Verein vorbei oder ohne Abhängig vom Verein, also negativ gemeint. Ist das auch ein Modell für Frauenfußball? Worin siehst du wenn, dann die Vorteile? Ich glaube es schon, dass es für die Spieler ein Vorteil sein kann, einfach, weil ja, es muss eine extreme Vertrauensbasis sein. Ich denke, wir versuchen, das hier auch zu schaffen, dass wir das trennen. Ich weiß aber nicht, ob das für jede Spielerin auch so möglich ist, das so zu trennen, zu sagen, okay, der René spricht sowohl mit dem Trainer als auch mit dem Verein, als auch mit der Mannschaft, als auch mit mir. Kann der das überhaupt dann alles für sich so trennen, dass er da, ich glaube, er kann das, deswegen machen wir es ja auch so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Spielerinnen gibt, die sagen, okay, ich muss mal weg, einfach aus diesem Fußballtrott und spreche mal mit jemand anderem, der damit gar nichts zu tun hat, einfach mal einen anderen Blickwinkel, einen frischen Blick hat. Also ich glaube, das kann gut helfen. Ob das jetzt der einzige Weg ist, Erfolg zu haben, das weiß ich nicht. Ich kann mir das mit unserem Modell ganz gut auch vorstellen. aber der Trend geht ja eh in Richtung Individualität und warum nicht? Also ich glaube, man darf sich nur nicht verzetteln in tausend Sachen. Wenn der Fokus klar ist und auch da kann ein Sportpsychologe ja helfen, so eine Orientierung geben, dann ist das, glaube ich, gut. Vielen Dank.